So, da wir jetzt aber auch... Ich finde, Entschuldigung Leute, aber da wir sehen, dass ich diesen Weg... BAH! Scheiß! Drauf! Ficken! Mein Telefon ist mittlerweile auch aus. Ach, Kacke. Ey. Ich wollte sagen, da wir jetzt sehen, dass ich den Weg mittlerweile gehen kann, kann ich das ja auch alles umgehen, aber nein, ich werde keinen Safe dafür benutzen. So, danke. Nochmal die ganze Kacke. Okay, die ganze Kacke, das ist jetzt eine Sache von ein paar Minuten gewesen. Aber eine halbe Stunde spiele ich jetzt schon wieder. Und jetzt hänge ich hier wegen so einer Scheiße fest, weil ich da unbedingt wegen meinem Ehrgeiz reingucken will. Was hinter der Glasscheibe ist. Im Endeffekt ist da irgendwie nur ein toter Büromanager mit Borschleck-Verträgen in der Hand. Toll, toll, toll. Komm, mach auf. Hm, Rappantel, Rappantel, lass eine Hacke-Dacke. In dem Falle, mach dein Schutzschild nach oben. Du Scheißteil. So, hüpf, hüpf. Spannend, ausrüsten. Tee, Hawk, Silver, Tomahawk. Nach oben schießt es jetzt gleich. Hier nehme ich so Bam, da-dam. So, Jet. Oh, und jetzt muss Jet mal bitte klappen. Genau so. Danke. Nochmal Tee-Hawk ausrüsten. Ach, ist es eine Dreck. Eine große Dreck. Schön. Toll. Ah, so, da ist die Wand. Da bist du, Wand. Okay. Wollen wir Freunde werden, Wand, oder wollen wir keine Freunde werden? Ich finde, wir sollten Freunde werden. Hm. So. Moment mal. Ich muss ja gucken. Nein! So, ist mir jetzt egal. Wirklich. Wegen so einer Kacke nicht. Hä? Hä? Wie komme ich dann da rüber? Da gar nicht, oder was? Rüber laufen kann ich auch nicht, oder? Und? Ne, kann ich nicht. Und so klein springen? Ah ja, gut. Der, das bringt ja gar nichts. Das bringt ja null. Das bringt gar nichts. Was soll das? Ah, jetzt ist er auf. Cool. Und nun? Was mache ich damit? So, jetzt ist er erstmal auf. Danke. Die bleibt ja auf, wie wir gelernt haben. Und dann nehmen wir uns jetzt nämlich dann den Jetpack und dann geht's rund. So. Na, gut. Was? Jetzt hast du es zweimal hintereinander gemacht. Uncule Sache das, aber... Mega. Leute, tut mir leid, aber ich wollte es nicht jetzt hier stundenlang aufnehmen, so eine Kacke. Echt. Ja. It's the awesomeness. It's me. The awesome brother. Okay. Was müssen wir denn aufladen? Nur Silver. Ansonsten nix. War das jetzt nur dafür gut? Moment. Da oben können wir was kaputt machen. Ja, ja, ja. Immer wieder verwandeln dauert schon einen halben Tag. Pum. Cool. Pum. Pum. Was sollte ich denn bitte bis hierhin in diesem Level verbraten haben an Sachen? Das ist doch Schwachsinn. Also echt. Okay. Das ergibt... What the fuck? Fuck. Ha 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 ha. Okay. La 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 la. Jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen wegen den Safe States. Aber... Oh ja. Es hält sich in Grenzen. Ha 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 ha. Ab zu Mr. X. Ersten Boss. Denn jetzt geht's ab. La 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 la. Meine Backen grinsen. Mein ganzer Körper grinst gerade. Jede Zelle meines Körpers ist... Fuck. Das sieht beschissen aus. Was? Uncool. Okay. Okay. Überrichtungswechsel. Interessant. Gut. Okay. Wow. Das kam unerwartet. Geil. Okay. Gut. Der kommt erwartet mittlerweile. Ah. Gut. Haha. Also doch. Ja, ja, ja. Oh shit. Ah. Ich hab's gewusst. Ja. Pum. Pum. Juhu. Nur noch einer. Badam, badam. What the fuck. Das war dämlich, Funk. So. Und... Naja, ein Treffer noch. Komm, komm, komm. Komm zu Mami. Komm zu Mami. Mami hat guten Borscht für dich. Lecker. Borscht. Bist du tot. Ersten Boss besiegt. Mit 8 Energietanks und 6 Leben. Das ist eine gute Zwischenstahn. Lalalala. Führt den Praktikant. Ab geht's. So. Stage 1. Finished. So. Los geht's. Jetzt in der nächsten Stage. Ach, MeTools. Bist du. So, ja. So. Wunderbar. So langsam kennt man euch in dem Spiel jetzt auch. Hüpp. Gut. Da will ich nicht lang. Okay, hier wollte ich nicht lang. Doch, will ich. Shit. Gut, gut, gut. Gut. Und... Blöder Arsch. Blöder Arsch. Bist du eine blöde Arsch? Walala. Du bist kleine... Lieblingsarsch von mir. Ich liebe meine Lieblingsarschtuhe. Da da. Da 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 da. Die Dinger fallen nach unten. Das sehe ich ihnen doch an. Denn sie stinken nach grüner Kacke. Aber es geht. Der Geruch ist zu ertragen. Ab mit Jet Force Gemini in meinem Körper. Wunderbar. Wieder das normale Kackding ausgewählt. Und? Und? Was kommt? Was kommt? Wir fallen hier nach unten. Hüpf. Ahaha. Da da da. Okay. Wow. Wow. Nein, nein, nein. Nicht nach hinten fallen. Gut. Gut, 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 gut. Bleibe brav. Und gut. Denn du trägst keinen Hut. Gut. Scheiße. Ähm. Skaltula ist an der Scheißstelle. Was? Oh, naja. Naja, naja. Oh Gott, fuck it. Gut. Weg hier. Skaltula. Du, 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 du. Verfolgst mich nicht, du da. Oh Gott. Spring. Gut. Ähm. La, la, la. Euch ausnutzen, dass ihr wisst, wohin ich gehen will. Gut, gut. Die Stage ist irgendwie cool. Nein, das war dumm von mir. Ah, verdammt. Jetzt. Und jetzt. Nein. Nein. Äh, ich hab geslide. Jetzt. Bam. So. Gut. Oh Gott. Jetzt schon Endgegner. Ah. Sterben wir jetzt einmal absichtlich? Nein, wir testen ihn richtig. Komm, lass ihn uns richtig setzen. Mr. Royal. Mit Mega Man. So, was geht jetzt ab? Ein Wandkackteil. What the? Was? Was? Bin ich bekloppt? Was? 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 Wow. Der ist ja mal geil. Der gefällt mir gut. Wahnsinnig gut. Okay. Ich kann mich zwar nicht aufladen, aber dafür kann ich wenigstens fliegen. Oder sowas ähnliches. Wir gehen mal nach ganz links hier. What? Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Okay. Hab ich ihn überhaupt schon einmal getroffen oder so? Was muss ich überhaupt machen? Ich hab keine Ahnung. Ich muss ihn, glaube ich, in der Mitte treffen. Ja, das war ein Treffer. Das hab ich gesehen. Aber. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Das war jetzt auch wieder ein Treffer an mir. Alter. Der rockt. Der rockt die Hütte. Ohne Safe-Sales. Komm, den packst du. Fuck it. What the fuck? Der ist ja mal heftig. Ey. Und vor allem, was mich ankotzt, ist, dass es mal langsamer wird, mal schneller. Das erinnert mich ein wenig an... Ah, shit. Ähm. Nightmare aus Metroid Fusion oder Zero Mission. Eins von Fuck beiden Teilen. Oh Gott. Ist der zum Kotzen, der Boss. Aber sowas von. Ey. Alter. Das halte ich im Kopf nicht aus. Ey. Wahnsinnig geil. Aber ich bleib einfach hier auf der hinteren Seite. Da bin ich am sichersten. Weil solange ich dann irgendwie auch weiß, wie er kommt und ich den ganzen Kack hier ausweichen kann. Weil im Endeffekt muss ich mich nur auf die Schüsse konzentrieren. Ich muss mich nicht auf die Steine konzentrieren, weil die erwischen mich eh nicht. Und immer wieder ballern. Ich hab jetzt nicht wirklich ein Auge dafür, wohin ich baller. Ich hoffe einfach, dass ich ihn gut treffe. Shit, shit, shit. Gut. In Ordnung. La, 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 la. Du bist doch einfacher dann als gedacht. Ich hoffe es, dass ich mich nicht vertue. Nein. Es schaut ganz gut aus. Dann. Aber die Steine wehren dann auch noch meine Schüsse ab. Das ist geil. Immer fast dann, wenn ich ihn treffen würde, kommt so ein geiler Stein und wehrt einfach mal konsequent meinen perfekten Schuss ab. Oh Gott, nein. Ah, fuck. Na, ein kleiner Treffer. Darf ja auch mal wieder sein. Damit der Gegner so eine Art Glücksgefühl hat, ne? Ja, ja, ja. Kennen wir ja. Machen wir in der Schule nicht anders. Der Lehrer soll nicht denken, wir sind super schlau. Nein. Der Lehrer soll auch mal denken, oh, der Herr Hermann... Äh, warum Hermann? Ähm, der Herr Schmidt-Müller-Johansson hat keine Ahnung von Tuten und Fuck-Blasen. Nein. Nein. Warum labere ich auch die ganze Zeit Bockmist vor mich her und weiß, dass ich deswegen schlechter spiele? So, jetzt erlebt ihr die neue Runde und diesmal etwas ruhiger und dann besser. Tut mir leid, dafür gibt's weniger Gelaber. Das ist dämlich. Oh, Mann. La, la, la. So, spannend, ne? Viel besser so. Komisch, eigenartig. Hm, aber ihr habt keinen Spaß mehr, weil ich bin so gut wie scheißenstill. Jetzt. So, schön. Ja, la, 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 la. Das macht Spaß. So, und jetzt läuft's auch noch ganz gut. Seht ihr, sobald ich die Schnauze halte und mich ein ganz klein wenig konzentriere, ist alles super. Dann machen wir hier nahezu eine perfekte Runde. Toll. Wie geil. Würde ich das irgendwie anders machen? Mhm. Also würde ich labern. Ah, seht ihr? Kaum mache ich mein verdrecktes scheiß Fick Maul auf, schon passiert wieder so eine Bumsuhren Eiterkacke, ey. Komm, hier, geh doch mal nach unten, dass ich dich in dein kleines, einpixelgroßes Auge treffen kann. Oh, wäre der Herr vielleicht mal so gütig, der Herr Roboter, kack. Kommen Sie doch mal. Ja, ja, ja. Alter. Ey, Lüchen. Aber sonst geht's ihnen gut, ne? Schön auch dieses langsamer und schneller werden der Sprites. Das gefällt mir. Ich muss eigentlich die ganze Zeit ballern, damit es langsamer bleibt. Gut. Es ist auch schön. La, da, la, dann lassen wir es doch mal langsamer werden. Da, 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 ganz langsam, so wie ich es mag.